Level 550 Eevee, hab ich gerade da nicht drauf geachtet. Mal gucken. Wen spielst du? Ist Victor eigentlich noch Meter? Nee, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Noch nix gespielt heute im Paladinhoffs Aimbruch. Die Eevee ist klapp. Mal schauen. Wird dich schon herausstellen, ne? Ja Victor macht noch Spaß auf jeden Fall. Ach du Scheiße, die lags. Meine FPS. Yo, seht ihr das? Wie es laggt. 80? Ey, 70 FPS. Ich weiß nicht, was mit meinem PC los ist. 165 Hertz Monitor, aber bringt ja gar nichts, wenn ich eh nur 60 FPS habe im Game. Yo, was ist denn los? Richtig runtergegangen. Beim Dashen, das ist ja übel, Cancer. Also ich weiß nicht, vor paar Tagen ging es ja noch. Du musst hier keine Verbindung, Ray. Hey, ohne Scheiß. Weiß nicht, was das soll. Jetzt wieder full live. Boah, ist das eklig mit den Legs. Ach du Scheiße, ich kann nicht mal mehr schießen. Guckt es euch an. Boah, das macht keinen Spaß. Und nicht treffen macht auch keinen Spaß. Und nicht treffen macht auch keinen Spaß. Oh, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, was er spielt hier. Over the Moon. Wurde denn daran was verändert? Ne. Natürlich nicht. Alle Legs werden verändert, außer von Eevee. Na, okay. Nein, hier war es wirklich am besten zu spielen. Aber mich regt das halt übel auf, dass meine FPS so im Arsch sind. Woran liegt das? Ich muss vielleicht mal... Ich habe schon alles geschlossen, was ich nicht brauche. Das ist ja mal übel ranzig. Jetzt, wenn es hier so bleibt. 120 FPS. Das ist in Ordnung. Aber dann auf 80 und da 60 runter, wenn ich dashe. Wenn man ja konstant nur mit den FPS spielt, das ist ja was anderes. Aber wenn das dann runter geht, da ist ja gar kein Gefühl mehr fürs Spiel. Ah, Stream Cut kann auch immer ab dadurch. Oh, hat sie gut gemacht. Hat sie mich in der Luft getroffen. Hey, das ist halt unnormal nervig. Was ist in dem Patch neu? Legendary Swoon geändert mal erst mal Paul. Follow Age habe ich leider nicht. Ja, also es gibt neuen Champ und Legendary Swoon halt verändert. Ne, das ist schlecht. Das ist übel schlecht. 60 FPS ist viel zu wenig zum Spielen. Für einen Shooter ist das kacke. Die Sache ist, ich bin ja jetzt auch mehr gewöhnt endlich. Und, ähm, das geht ja dann runter. Weißt du? Wenn du jetzt vielleicht durchgehst mit 60 FPS Streams, dann ist das ja in Ordnung. Aber, wir haben jetzt beide. Ja, flieg mal lieber rein wieder. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie. Reicht. Die will einfach Penta nicht können. Digga. Da kommt natürlich noch der Viktor lutschen. Shit. Aber Drogos hat ihn. Er hat sie. So macht das echt keinen Bock. Yo, ich weiß nicht warum mein Piz auf einmal aus dem Nichts wieder faxen macht. Ne, warum soll Andros Q besser gemacht werden? Sein. Ich habe, äh, Ray jetzt schon 3-4 Mal gespielt in dem Stream. Es ist ein bisschen zu spät. Also das ist halt sie. Einfach ignoriert, dann geh ich wieder. Hä? Wo hast du denn was geschrieben? Ja, null nah. Dafür ist die Punish Muni Karte doch da. Jo, guckt sie euch an, wo der Viktor am Campen ist. Nein, da ist sie. Ray good near. Okay, sie ist wieder full. Doch nicht. Ah, Digga. Alle schießen. Ich darf auch noch sowas wie ein Wechsel machst. Äh, kann ich machen. Nach der Round dann. Dann ist der Ball sowieso 9 Uhr. Na, guck mal wegen Among Us. Oh, sie war fast down. Ey Leute, ihr müsst ja auch mal versuchen zu touchen oder so. Ich geh drauf. Irgendwie hat keiner mehr Bock drauf zu gehen. Dann auch. Wer die ganze Zeit ignoriert. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr immer redet. Aber Leute, ich bin auch im Spiel. Ich kann doch nicht die ganze Zeit den Chat lesen. Guck zwischendurch mal rein. Kann sein, dass ich was überlese. Ich bin der Meinung, ich schließe noch viel mehr, viel mehr während des Spielens als andere Streamer. Das war über dem Schild. Hier. Ich bin der Titel von Hunapur. Eskanata Okay. Ich hab kein CR-Druck gebannt, an Anwuchs zu redest. Schade. Och, und dann ist der Victor hinter uns. Cringe. Äh, was könnten wir eigentlich noch mit uns reinpfeffern? Ich hole mal einen Moralboost. Irgendwie haben wir ziemlich viele Ults. Hat die sich Haven geholt? Ne. Aber Haven können wir generell holen es ja jetzt anders als Alten. Hä? Oh Gott, es ist so viel los hier. Och Mann. Was ist denn los hier? Verdammt. Ist halt gelieft. Ja, es kann sein. Ich weiß nicht. Guck mal hier in der Lobby sind die FPS wieder hoch. Gehen auf 140 hoch. Liegt das vielleicht daran, weil meine Zeit Festplatte voll ist? Ich hab keine Ahnung. Ich will doch einfach nur lagfrei streamen. Und lagfrei bei Spielen. Vor allem. Guck mal noch Death Hands. Ja, 17 mit Ray. Eieiei. So, ich passe jetzt mal hinten auf. Gern aber mal. Ich geh auf den Victor drauf. Habe ich sogar gereimt. Ich muss einfach mehr als die Eevee aufräumen bei uns in der Backline. Also bei denen in der Backline. Und dann kann ich mich um die Eevee kümmern. Lieber Kunde. Och, es laggt so. Es macht keinen Spaß. Also ich würde echt andere gerne öfter spielen. Aber wenn das so laggt wie hier die ganze Zeit. Es ist so widerlich einfach nur. Müssen aufpassen. Eevee kommt gleich wieder nach hinten. Ich kann, sobald ich einmal dasche. Ich krieg so viele lags. Ich hab echt die Schnauze voll. So. Ja, und natürlich kommt die Nandu Nui Ult. Ich fass es nicht. Wie lucky. Nice, Drogos. Es stockt. Aber es ist ja auch nicht mal nur, dass die FPS low sind. Sondern es stockt auch wirklich rum, ne? Ich kann auch nicht flicken so, ne? Nein. Och, Mann. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, Leute. Come on. Wie können wir das denn schon wieder verlieren? Noch schneller kann ich die Leute auch nicht killen. Guck mal, ich hab alle in der Backline aufgeräumt. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Die müssen mir schon ein bisschen helfen. Ich kann, die Sache ist, wenn ich nur auf die Eevee fokuste, die versteckt sich halt die ganze Zeit. Weil ich da irgendwie eine Einzelwinder auf die drauf schieß. Alter. Sollte. 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 Sollte nicht die Ult machen. Vergiss es. Oh, das kann es echt nicht sein. Dieses scheiß Double Healing auch noch, ne? Ja, deswegen kann ich mich nicht zu lange auf die Eevee fokussen. Jetzt haben wir auch noch einen Bot. Das ist natürlich auch cool. Ghost Rider irgendwie disconnected leider. was war denn? Die Lara du ja auch die ganze Zeit durchgehen. Ne! Du, du kannst halt die Nicht-Gehen вкус nicht deptheln. killen. Jetzt ultet der Nando schon wieder für die. Es ist so ein Cringe-Geschwitze, ne? Also wirklich. Das macht mir schon ein bisschen zilt, Alter. So unverdient wieder. Weil wir auch wieder ein Bot haben. Wird nur gepocketed den ganzen Tag, sonst würde die EV-24-7 sterben, wenn mal auch irgendwer anders mit auf die Rohr ballern würde. Ich kann auch die nicht verfolgen, richtig, ne? Mit diesen Lacks. Junge, 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 ey. Holy Shit. Bist wieder in der Runde. Perfekt. Oh, was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Entweder ich flanke jetzt hinten nochmal ganz schnell durch und versuche sofort danach die EV zu killen oder ich warte die ganze Zeit hinten auf die EV. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, verlieren wir halt auch. Ich bin zwar wenn ich hier so komisch und die Shots sehr oft misse, so komisch, aber ihr seht es ja selber. Wenn ich mich manchmal bewege, dann leckt das hier, ist alles okay. Aber du brauchst nicht mit mir mitzugehen wegen Flanken. Aber bleib mit bei irgendjemandem. Einfach nicht an die EV sterben. Irgendwie versuche nicht daran zu sterben. Du hättest ja auch mal ein Schutz-Item gekauft. Warum holst du einen Moral-Boost? Wenn du gegen EV stirbst. Das ist der Räuber hinten. Gute Sache. Der Räuber schießt und ich boxe die alle tot hin. Dann werden wir da wegleihen. So, EV passt jetzt anscheinend hinten auf. Ich kriege es kotzen, wirklich. Aber sie ist tot. Trotzdem. Oh mein Gott. Kann ich nicht wahr sein, ne? Ich solo ultet die mich. Es laggt. Desto mehr hier abgeht, desto mehr lagts. So, Raid U ist mir. Ja. Das kann es halt echt nicht sein. Diese einen einzigen EV, ne? Oh, Schapse. Wir haben den Nando ult. Let's go. Let's go. Wir gewinnen das noch. Nice. Oh, Junge, Junge, ey. Was zum... Oh, Alter. Das war echt... Das war wieder zu viel Geschwitze, ne? Holy shit. Was eine Runde. Und moin Kasmudon, was geht? Moin Sama. Actionreich. Abwechslung. Ja, das ist eigentlich das, was ich mainly streame. Auch auf YouTube. So, Minecraft ist eigentlich... So, Minecraft ist eigentlich eher die Abwechslung gewesen. Ach du Scheiße. Die sah einfach Zero Heal. Die hat die ganze Zeit Heal bekommen. Jo. Oh, aber diese...